Zum Stadion spielen Becker hier und heute vor etwa 5.500 Zuschauern auf dem Platz Nummer 1, dem zweitgrößten Platz der Anlage. Becker hatte die Wahl gewonnen und hat sich entschlossen, den Aufschlag von Camporese anzunehmen. Ein sonniger Tag, nach wie vor, etwa 25 Grad, eine zuweilen frische Brise. Applaus Ah, das braucht nach Doppelfehler, ja. Ja, späte Entscheidung zwar, aber dennoch korrekt. Weiß ich beide. Der Aufschlag von Camporese, der für viele ja ein ziemlich unbeschriebenes Blatt ist, gefällt mir bisher ganz gut. Spielball zum 1-0 im ersten Satz für den Italiener. Ah, die Returns von Boris Becker stimmen noch nicht. Da waren zwei extrem schwache dabei, aber Boris Becker lässt es auch heute hier in seinem dritten Match dieser Australian Open 91 ruhig angehen. 1-0 also für Roma Camporese. Über Becker, glaube ich, wissen die meisten von Ihnen alles, zumindest all das, was man wissen darf. Roma Camporese, zur Zeit der in der Weltrangliste am höchsten eingestufte Italiener, auf Platz 45 zu finden. 22 Jahre alt, der Italiener, der zur Zeit der beste Italiener ist, weil Paolo Canet, der in den letzten Jahren eigentlich das Aushängeschild des italienischen Tennissports war, war eine Bandscheibenoperation über sich, hat er gehen lassen und fast ein halbes Jahr ausgesetzt hat. Im Hintergrund die Skyline, Kulisse von Melbourne. Zum ersten Mal also jetzt Aufschlag von Boris Becker. Hier wird auf der Sommer- und Sonnenseite der Welttennis gespielt, liebe Tennisfreunde, aber das ist natürlich profan gemessen an dem, was im Nahen Osten passiert. Seien Sie noch einmal versichert daheim, dass auch hier eigentlich das Thema Nummer 1 der Krieg ist. Bei allen, bei den Spielern, bei den Journalisten, wohin man auch schaut, wenn nicht gerade gespielt wird, rotten sich die Menschen hier vor den Fernsehern zusammen und verfolgen, verschreckt eigentlich mehr das Geschehen anderswo. 30 Sekunden. Ein bisschen lässig noch, dieser Vorhandvolley. Die beiden stehen sich zum ersten Mal gegenüber. Becker sagte vorher ein bisschen knapp, wie sein Gegner aussehe. 1-1, kein Problem für den Leimann. Ja, man weiß gar nicht, ob Leimann noch richtig ist. Offiziell wohnt er in Monte Carlo. Wohnt in Hamburg dazu, hat ein Haus in Indian Wells in Südkalifornien. Ah, ging fast in die Galerie. Auch Camporese macht da einen sehr ruhigen, fast aufreizend, ruhigen, langsamen Eindruck. Ganz offensichtlich, die beiden beschnuppern sich so ein wenig. Sicherlich hat Camporese in seinem Leben mehr von Becker gesehen, als umgekehrt. Ein Aschenplatz-Spezialist aus Italien. Ich nehme an, auch Boris Becker wird bald herausgefunden haben, dass der Paradeschlag von Camporese die Vorhand ist, wenn ihm das Bobbrett nicht ohnehin schon mitgeteilt hat. 45 Sekunden. 45 Sekunden. 45 Sekunden. 46 Sekunden. Na, das war ein Ass. Da sollte man ehrlich bleiben. Aber der Schiedsrichter korrigiert das. Das war Ass. Es soll Ass bleiben. 2 1 also für oma camporese das ganze ist natürlich auch ein test zwischen diesen beiden die sich ich sagte es zum ersten mal gegenüberstehen für kommende aufgaben in zwei wochen heißt es davis pokal erste runde ich nehme an dass auch der kapitän niki pilic der hier nicht angereist es nach australien daheim uns zuschaut und diesen oma camporese aufmerksam verfolgt nummer eins bei italien diese begegnung becker gegen camporese wird sicherlich in der ersten runde des davis pokals noch mal geben zweiter einzelspieler soll übrigens paolo cani sein dazu dann das dritte man die so aber da haben die italiener da hat fanata moment noch ein bisschen probleme denn keiner weiß wo sich nach dieser moment aufhält so ist das bei den italienern 21 camporese und die man das becker in den nächsten minuten so langsam wenn er seinen gegner ausreichend studiert hat ein bisschen das tempo anziehen wird débuter Vielen Dank. 030. Erster richtiger Angriff des Deutschen, der natürlich sieht, dass Omar Camporese meist versucht, seine Rückhand zu umlaufen, mit der Vorhand zum Schlag zu kommen. 15.30 Uhr. 030. Erster richtiger Angriff. 030. Erster richtiger Angriff. 030. Erster richtiger Angriff. Vielen Dank. Glück für Becker. Glück für Becker. Riccardo Piatti. Zwei Beide, erster Satz. Du auch. Omar Camporese gilt als, ich sag das mal ein bisschen in Anführungsstrichen, als fauler Spieler. Gianni Clerici, vom italienischen Fernsehen, meinte typisch für Leute aus Bologna, gibt es gutes Essen, also laufend ist nicht die Stärke von Camporese. Hier geht es über drei Sätze, drei Gewinnsätze. 15 Dollar. Der Aufschlag des Italieners gefällt mir bisher recht gut. Es könnte natürlich auch in Dortmund dann auf dem Hallenboden eine gute Waffe des Italieners werden. Das dritte Ass. Bis zum nächsten Mal. zu null 3 zu 2 die führung für oma camporese der sagt das eingangs ein raschenplatz spieler ist er noch auf seinen ersten grand prix titel wartet 22 jahre übrigens alt ein jahr jünger als boris becker becker hat immerhin schon 29 turniere gewonnen vier davon bei großen grand slam turnieren und bei ganz dem turnieren ist oma camporese überhaupt noch nicht groß in erscheinung getreten aber zumindest eine final teilnahme mal das war vorigen jahr übrigens sein bestes jahr bisher das jahr 1990 da war im finale von san marino wenn man also die turnierstationen von camporese sich anschaut über das jahr da liest man florenz genua genf san remo rom hilversum alles aschenplatz turniere gleichwohl er kann auch auf diesen hartplätzen hier auf dem synthetischen rebound ace tennis spielen ansonsten stünde er nicht in der dritten runde hat zum beispiel vor zwei wochen in neuseeland in wellington das halbfinale erreicht beim kleineren grand prix turnier erst in der vorschlussrunde gegen den schweden lars jönsson verloren 23 erster satz aufschlag becker aufschlag becker aufschlag becker guter return des italieners das war eine gute antwort auf diesen doch guten aufstlag von becker aufschlag becker Danke, Peter. Sie hören es wahrscheinlich über die Außenmikrofone. Ich kann nicht spielen. Becker also schon nach 20 Minuten in Selbstgespräche verwickelt. Und das gegen Oma Camporese. Ja, vielleicht ist das ein richtiges Rezept, mal vorzugehen. Aber ich habe immer noch das Gefühl, Becker testet sich und vor allen Dingen den Gegner. Wer die Aufstiege auf die Rückhand von Camporese hart spielt, wird gut retourniert. Deswegen häufig jetzt der sogenannte Kickaufschlag. Drei beide. Also der Einser ist jetzt doch voll besetzt. Kaum ein leerer Stuhl hier. Viele warten auf Einlass. Ja, das ist ja. Wer ist denn? Wer ist denn? Wer ist denn? Boris wünscht sich eine einzige gute Rückhand mal. Ah, der war wieder genau auf der Linie. Also der Aufstark des Italieners ist bisher erste Klasse. Ja, Boris will zum Handtuch. Genauso ist es. Die Sonne ist doch stechend, auch heute, auch wenn es nicht so heiß bisher war im Verlaufe dieser 91er Auflage der Australian Open, wie in den Jahren zuvor, eigentlich angenehm. 40-30. Klausen! knappe maus bisher keine breaks auch keine breaks eine break punkte weder für boris pecker noch für oma camporese 4 zu 3 die führung des italieners jetzt nach 25 minuten eigentlich eigentlich dass becker genug über seinen gegner gesehen haben müsste der aufschlag ist gut die vorhand ist gut die rückhand war nur zwei dreimal gut immer dann wenn becker das tempo ein ganz klein bisschen angezogen hat dann machte camporese die fehler becker muss natürlich erst einmal wieder mit sich selbst ins reine kommen einige erste selbstgespräche leichte flüche sollte boris generell nicht nötig haben und eigentlich auch wenn man mal die vorzeichen für dieses match richtig deutet auch gegen eine oma camporese nicht da haben wir die südtribüne des 1 ist dahinter das gewaltige stadion die fans von becker die hier überzahl sind rühren sich jetzt sagen come on boris auf geht's 3 4 ist der satz aufschlag mit neun bellen auf geht's auf geht's auf geht's $30.00. Der Ball ist ja. Und darauf hat Becker lange gewartet, auf sein erstes Ass. Vier beide. Zu Null. Den Aufstark durchgebracht, das sollte ihm eigentlich jetzt die Ruhe, das Selbstvertrauen geben. Um vielleicht auch heute ohne Satzverlust zu bleiben, auch im dritten Spiel, dieser Australian Open. Aufschlag Camporese. Ja, die war schön elegant geschlagen, diese Rückhand von Oma Camporese. Aber da hat er auch viel Zeit gehabt. Ja. Ja, eine weitere Kostprobe, also der hat wirklich mit Riccardo Piatti an der Rückhand gearbeitet. Ja, das ist ein Kostprobe. Ja, das ist ein Kostprobe. 40, 15. Hey, hey. Entweder ist Camporese schon ein bisschen müde oder er hat sich ein bisschen verletzt. Auf jeden Fall, achten Sie mal drauf, er streckt sich kaum noch wieder beim ersten oder zweiten Aufschlag. Allzu athletisch ist er ohnehin nicht, aber... Das war ein anderes gewohnt von Boris Becker beim Aufschlag Return. Es bleibt alles in der Reihe, pflege ich da immer zu sagen. 5 zu 4, keine Bricks. Bisher die Führung also für Omar Camporese. Camporese wird seit 86 in der Weltdrangliste geführt. Und die derzeitige Position 45, das ist so mit das Höchste, was er bisher erreicht hat nach seinem guten Jahr. Für ihn guten Jahr 1990. Zuschauer richtigerweise auch in diesem Jahr mit... Jedenfalls die, die vernünftig sind, mit Hüten und Mützen gegen die Sonne geschützt. Die hier hoch im Norden steht. Da... ... der Südhälfte unseres Globus. Druck jetzt ein bisschen doch bei Boris Becker. Denn jetzt muss er natürlich seinen Aufschlag durchbringen. Jetzt muss er. Wenn er hier nicht den ersten Satz im Verlauf dieser offenen Tennismeisterschaften von Australien verlieren will. Ein Blick in den Sommerhimmel von... ... Milbern... Thank you. Schäfchenwolken... ... Becker beim Aufschlag. Okay. Das war der Kickaufschlag, hoch abspringend. Die Bälle springen hier auf dem Rebound-Ace-Boden ohnehin ziemlich hoch ab, hoch auf die Rückhand. Das schmeckt dem Italiener nicht so sehr. 15 beide. Mit dem zweiten Ass zum Fünfbeide. Ich glaube, mit dem Aufschlag kann Boris jetzt zufrieden sein. Jetzt fehlen nur noch ein paar gute Returns. Dann könnte eigentlich auch für ihn das Match hier richtig beginnen. Aber Becker muss natürlich aufpassen, wer immer hier der Gegner ist. Die Runde der letzten 32, der besten 32 in der Welt, zumindest hier in diesen 14 Tagen, von Melbourne läuft. Die Runde, die Runde, die Runde. Die Runde, die Runde, die Runde, die Runde. Da hat Becker gut gewartet. Geschaut, was macht der Gegner. Ich sage es noch einmal, hier auf den Außenplätzen, auf dem 1er und 2er, haben wir leider keine Zeitlupe, weil uns die Bilder, so wie sie sind, von den Kollegen des australischen Fernsehens Channel 7 angeboten werden. Das war der erste richtig gute Return von Becker, gerade noch an die Linie, 15.30. Perfekt gespielt, die ersten Prägpunkte dieses Matches sind da, bei 15.40. Erstklassiger Aufschlag. Tschüss. Tschüss. Gebt sie nicht, du Miststück! Aber Boris in Rage. Der amerikanische Schiedsrichter Jay Snyder kann das natürlich nicht verstehen, was Boris da sagt. Deuce. Er war im Becker irritiert, er kam nämlich vom Rahmen des Italieners und hatte sicherlich einen ganz unangenehmen Spin. Entsprechend die Geste, die Entschuldigung von Camporese, denn auch der Punkt ist seiner. Spielball zum 6-5 für ihn nun. Die ersten Breakpunkte hatten wir jetzt zwar, aber auf das erste Break dieser Begegnung müssen wir kommen. Jetzt müssen wir warten. 6 zu 5, Seitenwechsel. Wer Boris über die Jahre mitverfolgt hat, der weiß, dass ihm so etwas, ich sag's mal, salopp über alle Maßen stinkt. In seinem Spiel sicherlich nicht zufrieden, hat dann die ersten beiden Breakpunkte. Nachdem er sich wirklich gut erkämpft hatte, erspielt hatte, spielt zwei schwache Punkte. Gleiche Situation. In wenigen Augenblicken dann Becker wieder mit Druck, wenn er zumindest in den Teilbrecher dieses ersten Satzes gelangen will. Ein Blick geht rüber zu Bob Rett, zu John Tiriak. Ein bisschen Unverständnis im Blick von Boris. Ich kann es nicht begreifen, dass er nicht jetzt nach einer halben Stunde, 40 Minuten sind gespielt, in Schwung gekommen ist. Zwei, bitte. Zwei, bitte. $30,000. $30,000. $30,000. $40,000. $30,000. Drei Punkte für den Thai Breaker. Auf jeden Fall, dieser für Becker insgesamt siebente Satz dieses Turniers wird der erste lange. $30,000. $30,000. $30,000. $30,000. Die Dame lebte da gefährlich. $40,000. $30,000. $40,000. der erste teilbrecher für boris becker hier in melbourne gegen jeremy bates und gegen marian weider gewann becker ja in den runden 1 und 2 jeweils glatt mit 13 0 in den sätzen in glatten sätzen 1 0 Das war's für heute. obergang boden und wird passiert ein stumpfer boden hier der erste sturz von becker im verlaufe dieses turniers hat er gesagt am besten man zieht seine die ältesten schuhe überhaupt die man hat an im abgelaufenen profil 2 1 camporese aber becker läuft und springt es ist also nichts passiert im vorigen jahr hat ja hier einige sehr herbe verletzungen gegeben sabatini mit bänder ist vom platz mark woodford für drei monate außer gefecht nach einem sturz auf eben diesem platz hier zwei beide im teil break erster satz auch der kommt 3-2 camporese Vielen Dank. Drei beide Seitenwechsel. Eine offene Angelegenheit. Drei beide im Teilbrech des ersten Satzes. Boris Becker ist hier gefragt worden, warum er in den Vorjahren auch immer in den ersten Runden gut gespielt habe und dann plötzlich sei es weg gewesen. Dann sagt er, das könne er sich auch nicht erklären. Das sei nur oder meist bisher immer in Australien so gewesen. Fühlt sich gut und dann plötzlich sei ein lascher Tag dabei. Wollen wir hoffen, dass dem heute nicht so ist. Noch ein Aufschlag für Becker. Zum ersten Mal führt Becker jetzt in diesen Teilbrecher. Ein frecher zweiter Aufschlag von Caporese. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt bei 4-4. Becker 5-4 und zwei Aufschläge. Ich gebe es nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt kommt ein paar Punkte. Jetzt kommt ein paar Punkte. Angelegenheit. Sprecher 5-4. Schönen Tag 6-4. Becker 5-4. Sprecher 6-5. Becker 5-5. Un Außen-Twas. Becker 6-5. Einer, über 100. Der Bömbler. Becker 5-5. Becker 6-5. Sprecher 6-5. der beste und längste ballwechsel bisher und das könnte der vorletzte in diesem ersten satz gewesen sein denn becker hat 6 4 und damit zweimal satzball den ersten dieser beiden satzbälle mit eigenem aufschlag der passt genau im richtigen moment ist boris becker da boris becker hat also den ersten satz mit 7 zu 6 gewonnen wir setzen unsere aufzeichnung fort in wenigen minuten wir geben jetzt zunächst einmal ab nach köln zu unserer nachrichtenredaktion es meldet sich brigitte raimann ab 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 15 auf. Der war völlig verunglückt, allerdings Becker steht jetzt auf der Seite, auf der die Spieler beim Aufschlag als Rechtshänder in die hochstehende Sonne schauen müssen. Das kann schon mal passieren. 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 2-3 Minuten über unsere Außenmikrofone. Ein bühiger Wind, der hier zeitweilig einfällt und der stört Becker natürlich auch ganz gewaltig beim Aufschlag. Gut passiert von Camporese. Becker verliert zum ersten Mal seinen Aufschlag. Camporese führt 1-0 im zweiten. Diese Partie ist noch lange nicht zu Ende. Bisher hat Oma Camporese die Kritiker aus seinem eigenen Land Lügen gestraft. Das ist doch recht bewegungsfreudig. Hier im Hintergrund sehen Sie übrigens, ich sage das schon einmal in den letzten Tagen, rechts das große Hochhaus. Das war das Regent Hotel von Melbourne, das erste Hochhaus überhaupt in der City dieser Stadt, die ja fast drei Millionen Einwohner hat. Und dennoch, man braucht über zwei Stunden, um von der einen Stadtseite auf die andere zu kommen. Melbourne ist eine recht gemütliche Stadt und diese Bilder unterstreichen das eigentlich. Eine alte ehrwürdige Straßenbahn fährt durch Melbourne. We love you, Boris. Becker hat auch hier seine Fans, obwohl er seine Fans bei den Australian Open noch nie so richtig zufriedenstellen konnte. Aber kurz das Bild weg. Vielleicht war das nur auf meinem Monitor. Was kann passieren? Der Spielstand, Becker 7-6, mit Mühe. 0-1. Aus Sicht des Deutschen, der gerade seinen Aufstieg verloren hat. Go! Die Armada der Fotografen, Fotojournalisten, sagt man wohl richtiger. 0-1. 3-2. 8-ige Ausgaben, Fotojournalisten, soilnodippen, wöchsteigen. 0-1. 0-1. 0-1. 0-0. 0-1. Wow! 0-2. 0-2. 0-0. 0-0. der war aus moment leichtes spiel für den italiener die meisten punkte macht becker allerdings negativer art zu null dieses schlags spiel von umar camporese obwohl boris da eben gut aufgepasst hat den punkt gemacht hat aber wenig dynamik in seinem spiel im moment das hat er gehört das nummer drei des deutschen zum 30 0 Da kam Camporese eben ausnahmsweise mal zu spät, mit der Vorhand ran, nachdem er versucht hat, einmal mehr die Rückhand zu umlaufen. Boris Becker spielt ja hier bei dieser Auflage der Australian Open nicht nur einzeln, sondern auch mal wieder im Herrendoppel. Der ursprünglich gedachte Partner Eric Yehlen musste ja wegen einer Schleimbeutelentzündung unter der Kniescheibe aufgeben und ist bereits, nehme ich an, wieder in Deutschland. Seit dessen spielt Boris also mit Patrick Kühnen. Die beiden sind nicht gesetzt hier, haben die erste Runde ja gewonnen gegen Flegel und Vacek aus der Tschechoslowakei. Treffen nun in der nächsten Runde auf Broderick Dyke, den Australier und den Schweden Peter Lundgren. Gute Ergänzung für die Tage hier in Melbourne. Boris Becker ist ja schon am Heiligabend hier gewesen, seit Jahren Gast in der Stadt. Also da kennt er auch ohnehin das meiste. Zum Spiel zurück. Becker liegt ein Break zurück. Im zweiten Durchgang nach gewonnenem ersten Satz. Die Liebe der Fans ist ungebrochen. Aufschlag Oma Camporese. Neue Bälle. Lebe Bälle. Lebe Bälle. Elegant. Wie es zu einem Italiener passt, dieser Rückhandflugball am Netz von Omar Camporese. Becker jetzt mit Chip and Charge. Einmal ist es gut gegangen, eben nicht. Er tauscht Camporese noch einmal einen Ball aus. Der klingelte. Also der Aufschlag ist gut von Camporese, das vierte Ass. Okay, Camporese. 3-1 also für den Italiener. Und einige Bälle sind anscheinend nicht gut. Das hat er gerade eben vor zwei Spielen neue Bälle gegeben. Bitte etwas Neues dazu genommen. Jetzt geht es weiter. Becker im Rückstand. Becker. 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 Ah, der war gerade noch halb auf der Linie. Becker. 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 Das war okay, auch wenn Camporese da zweifelnd schaut. Daує, Ils nach chips sind. 30 Prab 50." 4. 5. contacts. 6. 囉. Die Welt. 4. 100. Die Welt. $30.00 Der Beifall des Publikums hier insgesamt gesehen, insgesamt gehört. Hält sich in Grenzen. Die meisten sind doch auch jemand wie Sie daheim ein bisschen verwundert darüber, wie Becker hier spielt. Fehlerhaft. Er kommt aus der Sonne, aber er geht ins Haus. Das ist der Becker. Also der zweite als Kickaufschlag hoch auf die Rückhand ist die effektivste Waffe von Boris bisher beim Aufschlag. Darüber dürfen auch die drei Asse, die er bisher geschlagen hat, nicht hinwegtäuschen. Sicherlich für ihn, der am liebsten in der Halle aufsteckt, wo es überhaupt nicht weht, wo es kein Sonnenlicht gibt, keine grelle Sonne. Für ihn unangenehm hier bei jedem zweiten Aufschlagspiel in die grelle Sonne von Südaustralien schauen zu müssen. Dazu dann der teilweise böige Wind, der hier einfällt. Für die Zuschauer sicherlich immer ein bisschen erfrischend, aber doch störend beim Aufschlag. 2 zu 3. Wollen wir hier nichts schwarzmalen. Becker hat den ersten Satz gewonnen, legt ein Break zurück im zweiten. Aber die Art, wie er spielt, glaube ich, gefällt den meisten von uns bisher jedenfalls nicht heute. Was nicht ist, kann noch werden. Die jungen Damen kreischen, schreien, feuern ihren Boris an. Die Dame, die hier vor zwei Tagen für Aufsehen gesorgt hat, indem sie dann und wann ihr T-Shirt hochgehoben hat. Sie haben es sicherlich gesehen, davon gehört, sie ist bisher hier nicht gesichtet worden. Das ist dafür übrigens bei der Polizei von Melbourne bekannt. 15 Minuten. 15 Minuten. Vielen Dank. Frau Reza an, die ersten Selbstgespräche zu führen. Oh, hier bekam die Liegenrichterin einmal mehr auf die Hüfte. Überhastet, gut gedacht von Boris. Wieder nur kurz den Ball zurückspielen beim Return und dann vor. Aber der Volley dann war alles andere als gut. Nach wie vor eine weitere Chance zum Break, zum Re-Break, zum Drei-Beide. Er hat Beckers mal mit einem Rückhandslice ganz lang, ganz flach versucht. Hat er mit Erfolg, Drei-Beide, im Zweiten Nach-Break und Re-Break. Gute, Drei-Beide. Gute, Drei-Beide. Gute, Drei-Beide. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Boris Becker bemüht sich jetzt, druckvoller zu spielen Er ist etwas beweglicher geworden in den letzten Minuten Das sieht man schon beim Aufschlag, beim ersten Aufschlag Da hängt er sich jetzt doch mehr rein als in der Stunde zuvor Wiederholung des ersten Aufschlages Camporese war noch nicht fertig Drei Spiele in Folge bringen Boris Becker das 4 zu 3 In diesem zweiten Satz Und jetzt sieht die Welt doch schon wieder etwas freundlicher aus für ihn Drei deutsche Herren sind ja in diese dritte Runde vorgestoßen Neben Boris Becker noch Michael Stich Der gegen Forge spielt Das Spiel werden wir Ihnen auch noch zeigen Und dann Patrick Kühnen, der Doppelpartner von Boris Becker Gegen den Amerikaner Aaron Krikstein Dieses Spiel aber erst morgen Es gibt einige Länder, die mehr Spieler als die Deutschen In diese Runde der letzten 32 gebracht haben Zum Beispiel, es war auch kaum anders zu erwarten Die USA haben sieben Aktive in diese Runde gebracht Gastgeber hier Australien, die Schweden Und überraschenderweise auch die Holländer Haben vier Spieler jeweils unter den letzten 32 Und da zwei Holländer in dieser Runde aufeinander treffen Ist sogar einem Holländer bereits ein Platz im Achtelfinale sicher Becker 7, 6, 4, 3 Aufschlag nochmal Camporese Na, er wird gut gegeben Ich sage, dass Zeitlupe haben wir leider nicht Das können wir ihn nicht nochmal bieten Aber den habe ich nun wirklich auch ausgesehen Becker selbst stand direkt daneben Ich sitze auf der Verlängerung dieser Linie Das tut natürlich auch die zuständige Linienrichterin Aber Jay Snyder aus den USA ist nicht zu bewegen Wollte Becker gerade hin zur Dame Aber richtigerweise besinnt er sich eines anderen, eines besseren Das Spiel geht weiter 15-0 Im Gegensatz zu vielen anderen Aschenplatzspielern Grundlinienspielern macht Camporese da vorne am Netz doch einen ganz guten Eindruck Klasse gemacht Camporese Camporese, ja Und Beifall auch von Becker Applaudiert seinen Gegner Erneut guter Aufschlag zum Vierbeide am Zweiten Die ganz große Vorstellung des Mitfavoriten Boris Becker ist es bisher nicht gewesen Becker selbst sagte, so ein Spiel hat man oft in einem langen Turnier besser heute als in einem möglichen Finale Erneut guter aufschlag $40.00. frecher zweiter aufschlag von becker war an der linie camporese will mit der zuständigen linienrichterin diskutieren das fragt camporese ein bisschen schiedsrichter reizend aber dann wirklich gut gewesen sei aber dieser zweite war gut damit also fünf zu vier für boris becker im zweiten satz noch einmal jay snyder aus den usa der die linie richter ein bisschen aufmunternd zunickt sprach eben vom mit favoriten boris becker heute gibt es neue quoten bei den herren sind becker und edberg gleich auf da haben wir die junge dame die die aufschlaglinie die mittellinie zu verwalten hat becker und edberg sind bei den buchmachern hier in melbourne gleich auf 2 für 1 dahinter dann ländl 3 zu 1 ivanisevic auf 4 zu 1 jetzt gestiegen vor turnierbeginn war 8 zu 1 dann gilbert da gibt es schon viel geld 16 cash 20 cash übrigens in runde 3 gegen stefan edberg sicherlich morgen eins der top matches allemal hier für die australien melbourne kurzer blick noch was die wetten angehen bei den damen steffi nach wie vor events also vier zu sieben heißt das man kriegt nicht einmal das doppelte geld wenn man auf steffi graf auf ihren sieg hier wettet knapp dahinter selle 2 für 1 dann sabatini 6 für 1 fernandes 10 zu 1 die vorjahresfinalisten zu diesem spiel leichter druck jetzt bei camporese 45 im zweiten und 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 gut passiert ganz ruhig einmal mehr ruhig und sachlich mit der rückhand dazu gut für 0 0 0 0 0 0 ok 30, 15. 30, 15. 40, 30. 40, 30, 30. 30, 30, 30. Fünf beide, da haben wir es. 15 Uhr. the 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 Vielen Dank. Ja, die Vorhand ist stramm, da muss Becker sich in Acht nehmen. Es muss Boris aufpassen. Nicht, dass wir hinterher auf der Pressekonferenz hören, one of those days, einer von diesen Tagen. Oh! 30-40. Brenzlige Situation für den dreimaligen Wimbledon-Sieger. Beregschance für Omar Camporese. Brenzlige Situation für Omar Camporese. Das ist jetzt ein Handtuch runtergefallen, das wird erstmal von einem Balljungen aufgehoben, deswegen die kleine Verzögerung. Bei Einstand geht's weiter. Brenzlige Situation für Omar Camporese. Bitte, bis zum Schluss. Die Spannung steigt in diesem zweiten Satz. Damit auch die Aufregung bei den ganz eingefleuchten Fans. Ja, den muss er sich selbst zuschreiben, der Boris. Da ist er nicht energisch genug gewesen vorne am Netz. Zweite Brickchance. Spielball für Camporese zum 6-5. Oh, der war haarscharf draußen. Na, das will ich auf der anderen Seite sitzen, mal gar nicht weiter kommentieren. Da wäre Becker niemals rangekommen. Einstand. 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 Vorteil für Becker. Auch diesen Punkt will ich nicht weiter diskutieren. Der hätte auch ausgegeben werden können, wenn er nicht gar aus war. Aber Jay Snyder sitzt an dieser Linie. Der Schiedsrichter wird es schon richtig gesehen haben. Auf jeden Fall Glück für Boris. Er hat Spielball zum 6-5. Das war eine ganz brenzlige Situation. Eine ganz gefährliche Phase, die Becker hier zu überstehen hatte. Zwei Prägpunkte des Italieners. Mit Glück und Können. Abgewehrt. Das Plus von Boris gegen Oma Camporese. Ein ganz, ganz dünnes Plus bisher. Ich glaube, der Spielstand, dieses knappe Ergebnis drückt den bisherigen Spielverlauf eigentlich ganz gut aus. Becker alles andere als in einer Prachtform heute. Aber letztendlich gilt auch im Tennis. Lieber schlecht gespielt und gewonnen als gut gespielt und verloren. Außerdem sehen die Spieler das immer anders. Ich habe vor vier Jahren einmal Becker angesprochen, nachdem er gegen Sivujinovic in drei langen Sätzen mit 2 zu 1 in den Sätzen gewonnen hatte. Detailbreg im dritten. Dann sagte ich zu ihm, es war ganz schön eng gewesen. Und da schaut er mich erstaunt an, fast fassungslos und sagte, wieso, ich habe doch immer geführt. Und wenn es auch nur mit einem einzigen Punkt war. Aufschlag Camporese, der muss ein bisschen warten, denn Boris nimmt noch ein frisches Handtuch mit auf seine Seite. Die Sonne hat sich inzwischen ein bisschen versteckt. Ganz leichte Schatten, da sind die Spieler noch. Erst Nummer fünf von Omar Camporese. Das war jetzt nicht. kh hopefully das Ganze nicht. Untertitelung. BR 2018 das ist ein geschenk aus italien an eine deutsche adresse gewesen ein kleines indiz dafür dass jetzt nach einer stunde und 40 minuten die konzentration bei caporese vielleicht auch ein bisschen nach lässt boris becker lässt sich jetzt richtigerweise viel zeit trocknet sich den schlägergriff ab denn es zu diesem zeitpunkt nur zwei punkte vom satz entfernt 30 beide den wollte haben diesen punkt und den hat er bekommen zum ersten mal richtig energisch volle pulle von becker damit hat er satzball heller beim ersten gut abgewehrt von camporese respekt die Vielen Dank. Vielen Dank. Diesen Satz heißt es Tie Break. Dieser zweite Aufschlag war nicht gut genug, um vorzurücken. 1-0. Ah, der kommt zu kurz. Ja, was war denn da mit dem Italiener los? Das ist überhaupt nicht zu begreifen. Da stand der Italiener völlig neben sich. Hier eben eine Fahne aus vergangenen Tagen. Das war ja wie beim Einspielen, hat dreimal die Möglichkeit, den Punkt zu machen. Der Italiener völlig unkonzentriert. Ja, der kann teuer geworden sein. Der geht 2-1. Und jetzt 3-1. Der geht 3-1. Der geht 3-1. Der geht 3-1. Der geht 3-1. Camporese meldet sich zurück. Sechster Ass zum Dreibeide, Seitenwechsel. Becker heißt das, ein kurzer Schluck aus der Pulle. Dann geht's weiter. Camporese scheint diesen unbegreiflichen Fehler, der zum 2-1 im Tiebreak für Becker führte, weggesteckt zu haben. Ah, da läuft Becker ins Leere. Camporese wartet gut. Becker hat nicht gut vorbereitet. Wollte Camporese ganz offensichtlich überraschen mit diesem Netzangriff. Zwei Aufschläge beim Deutschen. Ein Ass zu einem ungemein wichtigen Zeitpunkt. Wollte Camporese. Bye, please. 5-4, genau wie im Teilbrecher des ersten Satzes, diese Führung für Boris Becker. Nur diesmal umgekehrte Vorzeichen, diesmal hat Camporese Aufschlag. Der nächste Punkt bringt Satzball für wen? Hoffentlich! 2. 2. 2. 3. 3. 4. 1. 6. 6. satzball für becker ist die antwort 65 und zweimal aufschlag das müsste doch jetzt reichen denn 2 0 in den sätzen ich glaube das müsste es selbst für einen becker in der form von heute sein der zweite satzball ein hatte becker ja bereits vor diesem teilbrech spiel 6 zu 5 in diesem satz führte deinem service wenn einem aufschlagpunkt beendet boris diesen zweiten durchgang soweit der zweite satz von boris becker gegen oma camporese wir zeigen ihnen dieses spiel in einer aufzeichnung und es geht nach einer unterbrechung durch unsere nachrichtenredaktion aus köln in einigen minuten hier auf wird ausgegeben jeden fall erster satzverlust für boris becker bei diesen australien open so Laufherde. Der vierte Satz lässt sich gut an für den Leimann. 0,40 gleich drei Chancen zu einem Break. 0,40. Noch eine Breakchance zum 1,04. Der war gut. Der war sogar sehr gut. Bild entschlossen, Boris Becker. 1,0 im vierten. Dann macht er eben einen besseren Eindruck. Energisch weiß, dass er jetzt die Zügel nicht schleifen lassen darf. Ich glaube, die 26 Minuten, die Becker hier im dritten Satz gespielt hat, dieses 0 zu 6, das war womit das schlechteste und schwächste, was er seit langer, langer Zeit produziert hat auf dem Tennisplatz. Gesichter Melbournes, viele Einwanderer hier in dieser Stadt, die erst 122 Jahre alt ist. Melbourne ist übrigens die zweitgrößte griechische Stadt nach Athen. Ich mag es kaum glauben. 30 Prozent der Bevölkerung hier sind Griechen. Meist in den 60er Jahren eingewandert. Genau wie die vielen Italiener und Jugoslawen, die sich hier in Melbourne niedergelassen haben. Zum dritten Rundenspiel von Boris Becker gegen Oma Camporese. Vierter Satz, 1,0 Becker und Aufschlag. Das war ein Beweis dafür, dass Becker zwar will, aber im Moment nicht kann. Wir haben leider keine Zeitlupe hier auf diesem Platz Nummer 1, aber da war Becker völlig unentschlossen. Was er machen sollte, bekommt den Ball an den Kopf. Schwerst. wer von anfang an dabei war erinnert sich die gespräche von becker im ersten satz unglaublich schlecht sagte dazu sich selbst und du bist stück selbst gespräch hoffentlich kommt er da nicht wieder hin und 10 40 chance zum rebrick für camporese was ist es sind es die bälle die bespannung oder ist es ganz einfach die einstellung heute unbegreifliche fehler von boris becker da hat der break vor im vierten satz glaubte man für drei vier minuten habe die wende hier zum guten eingeleitet aber nichts da 1 beide weg und rebrick im vierten satz jetzt muss er aufpassen noch für viele noch für viele noch für viele Das war's für heute. Auch bei Camporese stimmt nicht mehr alles, was Konzentration angeht. Ah, der war gut, der war auf der Linie. Ein weiteres Ars, insgesamt neun, bisher für den Italiener. Zweieinhalb Stunden exakt gespielte Moment. Auch im dritten Spiel des vierten Satzes droht ein Break. Ja, wild geht Becker davor, völlig unüberlegt. Viel zu kurz dieser Ball, mit dem er einen Angriff vorbereiten wollte. Erst Nummer 10 für Camporese, der sich aus der Umklammerung nun zu befreien scheint. Gibt es hier einen fünften Satz, dann ist alles offen. Dann ist alles möglich für ihn, Omar Camporese. Schaut man mal in die Statistik, was die Erfahrungen von Boris Becker und bei diesen Australian Open angeht. Dann hat man nicht zwingend nur hochkarätige Namen, die Endstation für den Deutschen waren. 1984 war das im Viertelfinale Ben Testerman. Damals war Becker noch ein absoluter Youngster, als er hier als Wimbledon-Sieger 85 in Melbourne anreiste. Damals fand das Turnier noch auf Rasen statt, Anfang Dezember. Da verlor er in seinem ersten Spiel gegen Michael Scharpers aus Holland. Dann 87 gegen Wally Massoud in Australia. 89 gegen Jonas Svensson im Achtelfinale und im Vorjahr war im Viertelfinale in Station für Boris Becker gegen einen guten Namen, Mats Wilander. Aber Wilander war de facto schon auf dem absteigenden Ast. Verlor dann auch klar das Halbfinale gegen seinen Landsmann Stefan Edberg. Also es muss nicht immer ein Lendl oder Edberg sein, gegen die Becker gerade hier in Australien verliert. Auch ein Omar Camporese könnte es tun. Becker reagiert überhaupt nicht oder wenn, dann viel zu spät. An die Linie gespielt. An die Linie gespielt. Sehr riskant. Der Rückhandflugball von Boris Becker. Der Rückhandflugball von Boris Becker. Der Rückhandflugball von Boris Becker. Seit fast einer Stunde wartet Boris Becker darauf, dass er mal wieder sein Aufschlagspiel durchbekommt. dieser Rückhandflugball von Boris Becker. Vorher, Boris Becker. Vorher, Boris Becker. Vorher, Boris Becker. Da war es zum ersten Mal wieder, dass Becker einen Punkt im Satz macht, ein Spiel macht mit eigenem Aufschlag zum 2 Beide. Zuletzt war das beim 6 zu 5 im zweiten Satz der Fall, der dritte ging zu Null weg nach Breck und Riebreck in den ersten Spielen des vierten Satzes, also nun 2 Beide. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Als will er oder könne er nicht daran glauben, dass er gegen Boris Becker eine Chance hat, Omar Camporese. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Omar Camporese. Ja, wieder die Vorhand. Aber das gibt es wirklich nicht, Boris. Der Return ist zu harmlos, schubst den Ball nur zurück, der Deutsche. Und dann hat Camporese gut Zeit, sich zu stellen und ein ums andere Mal seine Vorhand ins Spiel zu bringen. Nach 0.30, 30 beide. Na, da hat Becker Glück gehabt. Es müsste ihm langsam mal eine Dreckchance gelingen. Ansonsten, das wissen wir aus der Vergangenheit, wenn er zu viele Möglichkeiten auslässt, für die Becker noch mehr die Fassung. Er greift nicht energisch genug an. Wie gelähmt. Aber die Kritik an Becker soll das Können von Camporese nicht schmälern. Das kann er also auch. Auf der Roma Camporese. Becker fiel zu defensiv. Lässt auch diese Möglichkeit verstreichen. Lässt auch diese Möglichkeit verstreichen. 3-2 für Roma Camporese. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt ist ein entscheidender fünfter Satz nicht auszuschließen. Becker hat bei den letzten beiden Aufschlagsspielen seines Gegners jeweils Chance zum Dreck gehabt. Dass er nicht eine genutzt hat, wird dem Deutschen überhaupt nichts schmecken. Camporese hat natürlich, was Fünf-Satz-Matches angeht, keine große Erfahrung. Er spielt meist nur die kleinen Turniere, die kleinen Renn-Turniere. Da geht es über zwei Gewinnsätze, höchstens im Devis-Pokal. Da ist er mal gefordert. Aber die Erfahrung müsste eigentlich auf Seiten des Deutschen sein. Der Platz Nummer eins nach wie voll, nach wie vor gerammelt voll. Man hat kein großes Spiel von Becker bisher gesehen. Aber spannend geht es jetzt zu. Das Publikum wittert natürlich hier eine Überraschung. Ich glaube, das wäre mehr als eine Überraschung, wenn Becker gegen Camporese verlieren sollte. Das wäre eine Riesensensation. Aber da sind wir noch nicht. Aufschlag von Boris, 2-3 im vierten Satz. 15 Minuten. $30.00. $30.00. $30.00. $50.00. 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 No! 15.30 Uhr. Thank you. Wait, please. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wieder kommt Camporese durch die Fehler von Becker zum Spielball. Das ist eine ganz große Krise, in die Boris sich hier manövriert hat. Ich habe zu viele Spiele von ihm gesehen und das ist ehrlich gesagt im Moment für mich kein erkennbares Zeichen, dass es besser werden sollte. Die vielen Chancen, dieses Spiel jetzt im vierten Satz vorzuentscheiden. Keine genutzt, wenigstens vergisst er nicht, sich ein neues, ein frisches, ein trockenes Hemd anzuziehen. Die Fans von ihm sind wieder aufgewacht. Er will ein richtiger Champion werden, aber er muss lernen, dass er auch an seinen schlechten Tagen mindestens Standards spielen muss. Und das hat er heute nicht immer getan. Und das hat er heute nicht immer getan und deswegen ist er einmal mehr hier in einer für mich recht bedrohlichen Situation. Die letzten Aufschlagsspiele von Becker waren überzeugend. Freundlich, dass ihm der Italiener auch einmal mit Fehlern entgegenkommt. Freundlich, dass ihm der Italiener auch mit Fehlern entgegenkommt. Und da glaubt der Becker ganz offensichtlich für einen Bruchteil einer Sekunde, dass der Ball aus wäre bei ihm an der Grundlinie. Den war nicht so, 40, 15. Nehmen Sie aus, 40, 30. when was Sie? Alle, 43. Ja, 30. Alle, 44. Alle, 44. muss Sie sich aus, 40, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 20, 20, 21, 22, 20, 30, 20, 21, 20, 22. auf die linie super gespielt von romacamporese nach 40 0 becker heißt es jose drei punkte in folge für ihn für camporese becker schaut seinem gegner hinterher nicht mehr nur tennis was hier jetzt entscheidet bessere vor oder rückhand jetzt ist entscheidend was im kopf abläuft hier beide mit mühe spannung steigt der druck wächst und jetzt natürlich bei 4 4 im vierten und 1 2 satz rückstand bei um a camporese doppelfehler nummer vier Ja? Jetzt aus. 0,30. Aber da war Becker ja schon ein paar Mal in diesem vierten Satz. Aufschlag des Italieners, 0,30. Hatte Breg-Chancen sogar. Bisher kam Camporese immer wieder zurück. Mal sehen, was diesmal passiert. Der Angriff war zwar nicht besonders gut vorgetragen, aber er war effektiv. Camporese macht den Fehler. 0,40. Eine von drei Chancen nutzen und dann den Aufschlag selbst durchbringen. Das wär's doch. Ein Stück Zellophan ist auf dem Platz geweht. Und der Schiedsrichter bittet einem Ballmädchen, das doch vom Platz zu nehmen. Jetzt geht's weiter. 15,40. Nach wie vor zwei Breg-Chancen für den deutschen Boris Becker. Wieder die Vorhand von Camporese. Kommt er da wieder raus, der Italiener. 30,40. 30,40. Peace. Bye, please. Gutes Auge von Becker. Da ist die Rückhand des Italieners durch und verschafft sich das Vorteil. Die vierte Möglichkeit allein in diesem Spiel. Gutes Auge von Becker. Oh! Ja, der kommt aber erst zu kurz. Camporese bleibt dran. Das sollte auch Becker tun. Noch ist hier nichts verloren. ... 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 Becker riskiert nicht viel. Spiel dem Italiener mit schöner Regelmäßigkeit den Ball dahin, wo er ihn am liebsten hat. Spielball Camporese zum 5-4 im vierten Satz. Becker dank dem Himmel, dass der Italiener auch einmal einen Fehler macht, einen Ball ins Netz schlägt. Einstand. Einstand. Ah, der war knapp draußen. Becker füttert die Rückhand von Camporese und dann kommt ein Ball zu kurz, nur kurz hinter das Tee. Und Camporese übernimmt mit einmal das Kommando mit der Vorhand und Becker macht den Fehler. Gut drei Stunden gespielt hier auf dem Platz Nummer eins in Melbourne. Da haben wir den Spielstand. Becker führt zwar, soll ich sagen, noch 2-1 in den Sätzen, aber Omar Camporese hat 5-4 im vierten Satz. Gleich wird Becker aufschlagen, aber diese vier verpassten Chancen zum Break eben, auch die werden weitere Spuren hinterlassen bei Boris Becker. Ich kann mich gut erinnern an das Spiel gegen Wally Massour noch in Cuyong auf Rasen hier. Im achten Finale 1987, da hatte Boris Becker Unmengen von Möglichkeiten, dem Gegner den Aufschlag abzunehmen, dem Spiel doch noch eine Wende zu geben. Nichts gelang, sieben Breakchancen in Folge nicht genutzt. Da stand Boris damals auf dem Platz und schimpfte wie ein Rohrspatz, warf den Schläger, trampelte drauf herum und verlor das Spiel. Und am selben Abend verlor auch noch seinen Coach, Günter Bosch. Das sind Erinnerungen, daran sollte er zumindest nicht zurückdenken. Noch ist hier gar nichts verloren, aber Becker muss jetzt wirklich aufpassen. Ich habe das schon mehrfach gesagt, sonst verliert er die Kontrolle. und vielleicht auch das Match. Der geht jetzt aus. 15 Mal. Oh! Herr Becker ist nicht voll da, sonst spielt er einen solchen Ball nicht freiwillig dem Gegner auf die Vorhand. Herr Becker ist nicht voll da, sonst spielt er die Vorhand. Herr Becker ist nicht voll da, sonst spielt er die Vorhand. Herr Becker ist nicht voll da, sonst spielt er die Vorhand. Herr Becker ist nicht voll da, sonst spielt er die Vorhand. Herr Becker ist nicht voll da, sonst spielt er die Vorhand. 30, 40. Da haben wir den richtigen Spielstand und das heißt Satzball für Oma Camporese. Das ist nicht voll da, sonst spielt er die Vorhand. Das ist nicht voll da, sonst spielt er die Vorhand. So und damit sind wir jetzt wieder hier im Studio. Wir zeigen Ihnen, in dem es keinen Tiebreak gibt hier bei den Australian Open. Zwei Spiele vor Advantage, wie es so schön heißt. dieser fünfte Satz beginnt mit Aufschlag des Italieners. Herr Becker ist nicht voll da, sonst spielt er das nicht voll da. Herr Becker ist nicht voll da, sonst spielt er viele. 40 Sekunden. Der Anhang von Oma Camporese meldet sich jetzt doch zu Wort hier. Er hat seine Fans gefunden. Der Außenseiter kann wirklich Oma Camporese einen 0-2 Satz Rückstand gegen Boris Becker in einen Sieg umwandeln. Becker selbst ist dieses Kunststück im vorigen Jahr gelungen, als er gegen Miloslav Mechir 0-2 zurück lag in den Sätzen und noch gewann. Aber auch da war Becker der Favorit. Camporese ist hier der Außenseiter. Ein fünfter Satz ist immer, da spielt es keine Rolle, wer sich da gegenübersteht, ob die Nummer 2 und die Nummer 45 in der Weltrangliste oder sonst wer. Ein fünfter Satz ist immer eine offene Angelegenheit. Und wenn man mal die Tendenzen der letzten anderthalb Stunden verfolgt, dann spricht es nicht nur aufgrund der 1-0-Führung, die Camporese jetzt hat, in diesem 5 spricht eigentlich mehr für den Italiener. Wörter du hüctern? Wörter du hüctern? Wörter du füctern? Wörter du füctern? Danke. 15 auf. 30 auf. Der Kräftehaushalt des Italieners scheint auch in Ordnung zu sein, sagte eingangs, ich zitierte eingangs italienische Kollegen, die sagten, ein schlechter Athlet, aber hat einen guten Touch, dieser Oma Camporese und eine erstklassige Vorhand. Ein prima Aufschlag dazu. Das reicht, um Becker an einem für ihn schlechten Tag mehr als nur in Verlegenheit zu bringen. 30.15. Das ist ein bisschen. Oh, 45. auch der passt klasse retourniert mit der rückgang nur geblockt 30 30 1 beide fünfter satz es bleibt ausgeglichen es bleibt ich glaube an kommende devis pokalaufgaben wird im moment vielleicht nur niki pilic denken für becker gilt es hier und heute gegen oma camporese sportlich zu überleben auch 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 30 auch doch auch Vielen Dank. 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 Zwei Fehler in Folge von Omar Camporese, etwas mit Seltenheitswert. In diesen drei Stunden und 20 Minuten dauert jetzt diese Partie bereits an. Das Publikum hier auf dem 1er hat sich in zwei Lager, ich glaube auch mengenmäßig gleich verteilt. 40, 40, 40, 40, 40, 40. 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. geht es nimmer, zwei beide im fünften, die Schatten hier am späten Nachmittag von Melbourne werden länger. Ihm gelingt fast alles, den Omar Camporese. Und wie auch immer, ob er es gewinnt oder verliert hier, ich glaube Omar Camporese macht zur Zeit das Spiel seines Lebens. Das machen sie alle, die nicht in den Top 10 vertreten sind, plötzlich einen großen Ausschalten. Fürst, Sir. Sie konnten es nicht sehen im Bild, der Blick von Becker geht hinter den Ball her, schaut ostentativ auf den Gegner, wie der reagiert mit diesem guten Rückanschlag von ihm. Gelassen ist die Antwort. Vielen Dank. Jetzt sollte Boris sich wirklich beherrschen, um uns zu retten, was noch zu retten ist. Elftes Ass von Omar Camporese, 40-15, Spielbälle zum 3-2. Die Interpreise, Unix-3-2. Sticht weg, eine Katastrophe. Dieser Return von Boris Becker. Noch keine Breaks in diesem fünften und alles entscheidenden Satz. 3-2 die Führung für 22-Jährigen aus Bologna. 1,88 groß zur Zeit. Der beste Italiener, zumindest wenn man nach der Weltrangliste geht. Ja, Omar Camporese wird Einzelspieler sein, neben Paolo Canet im Davis-Bokal, 1. Runde Deutschland-Italien. Camporese hat übrigens erst jetzt vor kurzem zugesagt. Es hat lange Unstimmigkeiten gegeben zwischen Camporese und dem italienischen Tennisverband. Die sind beseitigt und Camporese wird sicherlich als geachteter Mann nach Dortmund kommen. Ganz besonders dann, wenn er ihr Becker klagen sollte. Aber auch sonst für ihn ein Riesenspiel. Die Liebe dieser beiden Fans, We love you, boys, ist noch nicht erloschen. Harren seit dreieinhalb Stunden hier aus. Das ist noch nicht erloschen. Das ist noch nicht erloschen. Es ist noch nicht erloschen. Drei erstklassige Punkte von Becker in Folge, wann haben wir denn das zuletzt gesehen? Das muss Stunden her sein. Das hat uns ein bisschen Hoffnung gemacht, so langsam geht es hier nun um die absolut mit der jetzt entscheidende Phase. Und wer noch nicht hier war, von Fotografens Seite, der ist spätestens jetzt hierher gekommen, denn das hat sich natürlich herumgesprochen auf der riesigen Anlage, dass hier etwas im Schwange ist. Vielen Dank. Das war's. Das zählt jeder Punkt. 30.15. Bof! 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 Wir haben einen Hut gegeben! Und die Vakuen! Ein super Lock von Oma Caporese treibt Boris Becker weiter in einer Art Verzweiflung. Drei beide, fünfter Satz, vier vierzig, fünfzehn, zwei Spielbälle zum 4-3 für den Italiener. Das siebte Spiel des fünften Satzes ist vorbei, der Italiener führt mit 4-3 und Boris Becker lässt den Kopf weg, trottet da ganz langsam zu seinem Stuhl, sie haben es nicht im Bild, nimmt Platz und hat eine Minute Zeit, sich einmal mehr zu überlegen, was tun gegen die Nummer 45 der Weltrangliste, gegen Oma Caporese, der einer Riesensensation langsam aber sicher immer näher kommt, zwei enge Sätze, 7-6, 7-6 für Becker, dann 0-6, der Rest dieses dritten Satzes abgeschenkt von Becker, dann ein umkämpfter vierter Satz, Becker sechs Prägchancen nicht genutzt und wird selbst von 4-6 dann geprägt, muss in den fünften Satz und da führt sein Gegner mit 4-3 und jetzt wird natürlich hier der Einser so eine Art Hexenkist. Ruhe soll einkehren, sagt der Schiedsrichter hoffentlich auch bei Becker selbst. Das muss Becker vor. So. Macht Glück, macht Glück der Deutsche, er geht rüber, 30-0. 50-50. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, 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 oh. es spitzt sich zu meine damen und herren liebe jugendliche liebe tennis freunde vier beide im fünften satz und jetzt gilt es für beide für um für vor specker jetzt werden fehler nicht mehr verziehen ja ja Auf den falschen Fuß erwischt, Camporese. Becker behält, zumindest bei diesem Ballwechsel, die Übersicht. Becker, bitte. Danke. Danke. Die Aufslag-Returns werden nicht besser. Das ist das, was fehlt bei Boris Becker. Ja, vor allem das. Zu defensiv. Schauen Sie sich das an. Der geht nicht mal übers Netz. 40, 15. 40, 15. Die Namen, Sie zählen auch mit. 40, 30. White, please. Die Namen, Sie zählen auch mit. 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 5 4 keine breaks keine breakpunkte bisher in diesem fünften entscheidenden satz gleich wird becker aufschlagen dann natürlich mit dem rösten nur denkbaren druck nämlich diesen aufschlag durch bringen zu müssen sechster anlauf von boris becker bei den australien open geht es wieder frühzeitig daneben dahinter steht noch ein fragezeichen björn borg zum beispiel der fünfmalige wimbledon sieger hat nie die u.s open gewonnen aber er war zumindest im endspiel vertreten gewonnen hat jörn borg in flushing meadow den forrest hills noch früher gespielt wurde nie war es der letzte seitenwechsel wenn ja dann verliert becker dieses match fünfter satz 5 zu 4 es knistert vor spannung hier auf dem 1er 5 4 für roma campuris der aufschlag boris becker quiet please thank you ladies and gentlemen quiet please thank you ein ja k w Nicht sauber getroffen, diese Vorhand. Nicht sauber, nicht sauber, nicht sauber, nicht sauber. So nah dran und doch so weit, drei Punkte davon entfernt, Roma Camporese. Okay. Jetzt sind es noch zwei Punkte für... Jetzt muss er die Nerven behalten, der Boris Becker, und nicht schimpfen. Quiet, bitte. Thank you. Right, please. Wird ausgegeben. Da hatte ich viel gefehlt. Das Out der Linienrichterin gegenüber dem Geschrei der Fans. 30 Beide heißt es. Right, please. Becker! 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 Dann zieht er sich da raus. Right, please. Zunächst einmal ja. Fünf Beine im fünften Satz. Ich sag's noch einmal in diesem entscheidenden fünften Satz bei den Herren und dem entscheidenden dritten Satz bei den Damen gibt's hier in Australien genau wie in Wimbledon kein Tiebreak. Hier wird bis zur Entscheidung gespielt. Let's continue playing. Come on. Quiet, please. Thank you. Es geht weiter. Kein Seitenwechsel. Jay Snyder, der Stuhlschiedsrichter, macht das Publikum darauf aufmerksam. Da wird fleißig diskutiert. Wie dieser Aufschlag dann wirklich aus war. Ganz enge Entscheidung. Und jetzt will er, dass der Linienrichter zu ihm kommt. Aber das gibt's natürlich nicht. Da haben wir den jungen Mann. Damit kann sich natürlich auch nochmal Camporese rausbringen. mit diesen Diskussionen. Er, der so nah dran war. Zwei Punkte. Das war der erste Aufschlag, quasi Fehler. Zweiter Aufschlag. Das ist Italieners. Da applaudiert er dem Amerikaner Jay Snyder, der auf dem Stuhl sitzt. Doppelfehler Nummer 5. Ich hab's gesagt. Damit bringt er sich selbst raus. Das bringt nichts, wenn Linienrichter und Schiedsrichter sich einig sind, dass der Ball aus war. Da kann man eine Stunde diskutieren. Dann wird niemals jemand sagen. Okay. Wir glauben dir. Der Ball war gut. 0,15. Der kommt. Der kommt. Der ist gut. Becker macht den Punkt. 0,30. Der kommt. 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 Schamporese, sein zwölftes Ass. 0,30. Und dann zwei Asser. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Wenn du willst, sagst etwas, kommst mit uns nach und dann können wir reden. Es ist einfach daran. Das haben Sie gehört, wenn Sie Englisch genau verstanden. Er sagt, Ruhe da oben. Es ist leicht sitzen und leicht reden da oben, wie gespielt werden soll. Weiß ich beide. Aus 0.30 Uhr macht der Mann aus Bologna einmal mehr. 1.40 Uhr, 30 Uhr. Und Boris Becker ist zunächst einmal wieder um eine kleine Hoffnung gearmert. 1.40 Uhr, 30 Uhr. Da fehlen noch ganze sieben Minuten. Dann beträgt die Spielzeit hier vier Stunden in diesem Marathonspiel. Zwei Punkte war der Italiener vor einigen Minuten vom Matchgewinn, von dieser Riesensensation Becker zu schlagen entfernt. Eben hatte Becker der Aufschlag 0.30 Uhr. Der Aufschlag des Italieners 0.30 Uhr. Ein reines Nervenspiel zwischen den beiden jetzt. Dessen Nerven halten besser. Der Platz hier völlig überfüllt. Die Leute sitzen auf der Umrandung. Nur die Niedergänge werden freigehalten von den Ordnern. Bis auf den allerletzten Platz besetzt. Teilweise sogar doppelt besetzt. Alle wollen das Ende dieses Tennis-Krimis miterleben. Die Spieler sind bereits wieder auf dem Platz. Und jetzt gilt es einmal mehr für Boris. 5'6", der Rückstand. Quiet, please. In 5'6". Ja! Und Der Anderke sich erstklassig aus dieser Beträgen, er ist befreit. Er macht den Punkt, das 30-0. Er macht den Punkt. 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 15-15. Er macht den Punkt. 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 Organ, den es ja hier gibt, auf diesem tätischen Boden. Boris Becker nimmt eine kleine Extrazeit, hat sich kurz die Hände, den Schlägergriff abgetrocknet, 40-30. Das muntere Spiel geht weiter. Da haben wir es eingeblendet, die Games, sieben beide, fünf, fünf. Wenn mich nicht alles täuscht, der letzte, lange Satz, fünfte Satz, den Becker gespielt hat, ich glaube, das war bei seinem ersten Wimbledon-Erfolg gegen Nyström. Neun, sieben gewonnen, Becker da. Hier steht es, sieben, sieben. Und jetzt 30-0 für Omar Camporese. Ja, der war aus, ja, das ist eine richtige Entscheidung. Zwar kam der Arm des Linienrichters später heraus, aber der war aus. 15.30 Uhr. Wir haben den zornigen Blick von Boris Kurz gesehen. Jeder Punkt ist wichtiger denn je hier. Er geht ins Aus, der Return. Er geht ins Aus, der Return. Camporese lässt nicht nach. 20.30 Uhr. Doppeltinner. Der sechste. Allerdings bei 40.15 Uhr kann man sich das denn überhaupt erlauben. 40.30 Uhr. Auf der anderen Seite sieht natürlich der Gegner, dass der Arm des Aufschlägers ein bisschen wackelt. Viermal konsequent, hart auf die Rückhand gespielt. Gegen den Lauf von Camporese. Sichere Aktionen von Boris Becker. Die bringen ihm den Gleichstand. 2.30 Uhr. Das wird gut gegeben. Das will Boris nicht klar haben. 2.30 Uhr. Ja, das ist Emboss. Meines Nervenspiels. Vorteil. für den italiener erneut spiel bald zum 8 7 im fünften 18 für camporese alles flehen von boris hilft nichts er hat die linienrichterin angefläht mit einem langgezogenen please bitte schau hin aber diesen ball möchte ich ohne zeitlupe die wir hier auf dem 1er gar nicht haben schon gar nicht entscheiden das alte spiel camporese hat spiel vor becker muss nachziehen vier stunden und elf minuten inzwischen gespielt in diesem krimi diesen thriller der dritten runde becker einmal mehr am abgrund hier in melbourne zumindest nach 2 0 satzführung nun also der fünfte satz und da liegt der 7 8 zurück hat aufschlag ok war unter Applaus 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 Genau auf die Linie, Servant Volley, wenigstens der Aufschlag stimmt, wenn jetzt auch noch irgendwann in den nächsten Minuten einige gute Returns dazu kämen, ja dann. Aufschlag! Es war gut, 40.30 Uhr, ganz kurz rausgeholt, mit dem Return cross gespielt von Omar Camporese. Und wieder darf erst einmal durchgeatmet, aufgeatmet werden, acht beide. Es gibt keine Grenze, was die Anzahl der Spiele betrifft. Es kann so weitergehen. Eine Stunde und fünf Minuten ist allein dieser fünfte und entscheidende Satz alt. Acht beide, Aufschlag des Italieners. Aufschlag. 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 Mit schöner Regelmäßigkeit schlägt Oma Camporese seine Asse eben zum 16. Male. Das Abendlicht fällt noch auf einen Teil des Publikums hier, der Platz selbst gleich vollständig im Schatten, 40.15. Fürserve. Gain. Der neue Nationalheld, zumindest was Tennis angeht, vielleicht abbald in Italien. Ich sagte es schon einmal, als Italien Schweden ausschaltete, auf Asche gegen Leute wie Landa. Svenson, da wurde Paolo Cane auf den Schultern vom Platz getragen. Da war er die ganz große Nummer in Italien. Und das kann natürlich auch Roma Camporese passieren. Wenn er hier heute Becker tatsächlich schlagen sollte und dann vielleicht, wer weiß, noch einmal beim Davis-Pokal in zwei Wochen. Es geht weiter. Camporese führt 9 zu 8. Aufschlag hat Boris Becker in diesem langen, fünften, alles entscheidenden Match der dritten Runde. Danke. 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 Gut. 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 Es wird enger, immer enger für Boris Becker. Camporese lässt nicht nur nicht nach, er legt zu. Fight, please. 15 beide. 15 Jahre. Dad! Wo ist das? Das ist ein Schuss! Das ist ein Schuss! Das ist ein Schuss! Das ist ein Schuss! Persever. Das ist ein Schuss mit durchzulassen. 30,15. Der Fehler beim ersten. Zweiter Aufschlag. Becker ist fast wieder dran. Spielball zum neun beide. Gamebacker. Nein auf! Während man sich nebenan auf dem großen Platz im Stadion anschickt und sich fertig macht für die Abendveranstaltung. Wir tragen hier Boris Becker und Omar Camporese aus Italien den Kampf schlechthin aus. Neun beide im Fünften. Auf! Auf! Sehr ruhig, sehr gekonnt, konzentriert, diesen Angriff vorgetragen, Boris Becker. 0,15. Auf! 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 das gleiche spiel der schnell entschlossen nach vorne camporese macht den fehler 15 30 vielleicht ja diesmal es soll einfach nicht sein wie verhext becker kommt nicht zu einer break chance gleiches gilt in diesem fünften satz für camporese sie ist jetzt zweimal 15 30 sogar 0 30 1 2 1 2 2 3 3 4 3 4 4 10 zu 9 eines habe ich ihnen noch nicht verraten über oma camporese sagt ihm nach zitat eines landsmannes von ihm er denke nicht nach er haue nur drauf und das ist vielleicht das richtige rezept denn in dieser entscheidenden menschen scheidenden phase so viel zu denken das kann nur von übel sein camporese 15 30 zurück und scheut sich nicht erste zu schlagen ziehen zu neun die führung für ihn das größte erfolg bisher ein finalplatz san marino war da hat er damals jungen schweden kulti im halbfinale geschlagen und dann im finale gegen perez roldan aus argentinien verloren aber der gegner den er heute hier hat er ist ja eigentlich von einem ganz anderen kaliber das kukikum jetzt fast hysterisch die entscheidungen der linienrichter gehen im gejohle unter zum fünften mal ist becker jetzt gezwungen sein aufschlag durchzubringen wenn er weiterspielen das kukikum jetzt kukum äh und kukum 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 30.04 Becker. Inzwischen sind auch die Flutlichtmasten hier eingeschaltet worden, um den Übergang von Tageslicht zu Kunstlicht fließend zu gestalten. All right, please. Macht nichts, kann man versuchen bei 40-0. Jetzt also 40.15. Okay. 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 Der kommt, aber ist Meter zu weit. Der Becker-Fanclub jubelt. Es war riskant gespielt, zweimal an die Linie von Doris. Aber andererseits ist das ein Beweis für ein gutes Nervenkostüm. Es steht 10 zu 10. Es wird Abend über Melbourne. In Melbourne. White, bitte. Die Wetten werden noch angenommen. Wer gewinnt diese dritte Runde? Aufschlag, Camporesa. Mochte. genau auf die linie camporese zaudert da nicht warum sollte camporese auch zaudern denn sagt man doch immer so schön er hat hier nichts zu verlieren wo es jede menge er kriegt den richtigen return einfach nicht hin hier 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 Danke. Und ja, so weit war Boris Becker schon mehrfach in diesem fünften Satz bei Aufschlag des Gegners. So wie sich die Spiele wiederholen, will auch ich mich wiederholen, vielleicht ja dieses Mal. 40-30. Natürlich jetzt auch in zunehmendem Maße verunsichert. Sie kennen das selbst, wenn Sie selbst Tennis spielen. Ja, wenn es zwei-, dreimal nicht geht, dann zittert man schon, bevor man den Schlag noch einmal ausübt. Spielball zum 11.10. Aber Becker bleibt dran. Camporese kommt ihm ausnahmsweise mal wieder seinem Unforced Error entgegen. Fight, please. Dann ist Becker. Da hat er mal nicht geschlagen, sondern geblockt. Und ist das Resultat da. Zumindest ein Teilergebnis. Becker hat Vorteil. Die erste Break-Chance in diesem Gesagten fünften Satz. Fehler. Quiet, please. Die Partie ist noch nicht vorbei. So wie hier gejubelt wird, könnte man das fast annehmen. Aber noch ist es nicht so weit. Aber Boris Becker ist im Achtelfinale einen ganz gewaltigen Schritt nun doch wieder näher gekommen. Becker leads 11.10. Sie hören es, Jay Snyder sagt es. 11.10 für Boris Becker. Break vor. Und der Platz Nummer 1 gleicht einem Fallhaus. 2.10. 2 zu 0. 7,6, 7,6 in den Sätzen hatte Becker geführt. Dann ein katastrophaler dritter Satz. In 26 Minuten 0 zu 6. War ein abgeschenkt. Dann die vielen verpassten Chancen zum Break. Für Becker. Er verliert den Satz. 4 zu 6. Und dann jetzt eben in diesem unendlich langen fünften Satz das erste Break für Becker zum 11.10. Und jetzt hat der 23-jährige Wimbledon-Championer, dreimalige Sieger von Wimbledon, ihr Aufschlag. Neue Bälle hat es noch einmal gegeben. Return, jetzt raus. Wer sich Oma Camporese genau anschaut, macht einen etwas resignierenden Eindruck, aber das will nichts heißen. Becker 15.0. Drei Punkte braucht er noch. Zwei noch für Becker. 30-0, aber lassen Sie uns nicht so siegessicher sein. Dieses Match ist mehrfach gekippt. Auch Camporese war vor einer Stunde schon einmal zwei Punkte vom Match-Gewinn entfernt. 30-0, Becker. Quiet, please. Thank you, ladies and gentlemen. Quiet, please. Quiet. Shh. There geht jetzt aus. 40-15. Erster Matchball abgewährt von Omar Camporese, einem 22-Jährigen aus Bologna. Zweiter Matchball für Becker. Quiet, please. Quiet, please. Quiet, please. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. er kommt mit gewalt nach vorn mit einem sicheren zweiten aber das reicht nicht auch die zweite das match zuzumachen vertan aber es bleibt becker vor ist ein dritter sein dritter mit spalt 40 30 thank you auch den setzt er auf die linie ein stand drei match bälle hat becker nicht verwerten können vor drei tagen hatte hier jackassow vor studie ist das r4 match bälle gegen den australier der märz auch drei in folge am ende gewann kehl in fünf sätzen ein stadt die fans die arme nach oben und das war neben viele arme hier auf den platz nummer eins campo leser hat die möglichkeit sich sein gerade vor wenigen minuten verlorenes aufstockspiel zurück zurück danke drei match bälle hat er abgewehrt chance zum riebricht jetzt und dieses marathons spiel ist immer noch nicht vor rüber sie hören es die stimme von jay schneider dringt noch knapp durch den beifall des publikums das ist zunächst einmal eine bittere pille für ihn nicht einen konnte er verwirrt place continuing thank you spiel geht weiter quiet please out not 15 Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! wird als fehler gegeben wieder hat boris becker prägt vor wieder wird danach seitenwechsel aufschlagen zum match gewinnen zwischen fast vier stunden und 50 minuten gespielt aus dem nachmittagsmatch ist ein frühabendspiel geworden und jetzt hören sie mal die anführung die anfeuerung für boris becker aufregendste und zugleich auch längste der welt am besten zweiter boris becker am abgrund zwei punkte nur vom aus entfernt hat jetzt einmal mehr die möglichkeit doch noch einzufahren drei matchfälle hat er zuvor vergeben mal sehen ob er jetzt ans tagesziel kommt der deutsche auch auch da Er hat das Netz mit geholfen. 0.15. 0.15. Ist es denn zu fassen? Quiet, please. Thank you. Sicher über Kopf. 0.15. Beide. 0.15. 0.15. 0.15. 0.15. 0.15. 0.15. Becker nähert sich der Stelle, wo er schon einmal war. Im Matchball. 30. 15. Decker lässt sich Zeit, das ist richtig so. Das sollte man fairerweise auch sagen, so wie ich es vorhin gesagt habe, als ich einen Ass gesehen habe von Camporese, diesen Ball habe ich eher gut gesehen. 0.15. 0.15. 0.15. 0.15. 0.15. 0.15. Radies. einmal mehr die vorhanden von camporese gut gekontert ja soll denn dieses match nie ein ende nehmen ich habe vor 100 minuten als dieser fünfte satz begann gesagt ein fünfter satz ist immer eine offene angelegenheit und die letzten minuten haben das glaube ich mehr als deutlich gemacht 30 40 er kommt wirklich aufpassen welch eine dramatik welch eine spannung hier quiet please ladies gentlemen quiet please thank you aber fieler ein unglaublicher vorhand return beckers aufschlag weit hinaus auf die vorhand seite camporese steckt den schläger rein und kommt ins feld damit die zweite möglichkeit für den italiener zum zwölf beide danke Warte, bitte. Danke. und hatte keine zeit sich richtig zu stellen um zu verlieren wird passiert und die dritte chance zonri break für den mann aus polonia man den mann als aschenplatz spezialisten bisher jedenfalls bezeichnet hat glück gehabt dass der erste aufschlag als fehler gegeben wurde nicht zu glauben aber dieses spiel findet einfach kein ende stecker hat dreimal matchball gehabt die fans aufgewühlt aufgebracht sicherlich die spieler selbst auch nach der spielzeit eine minute fehlt danach dann sind vor stunden ohne pause vom nachmittag gespielt und dann ende ist nicht absehbar 12 zu 12 im fünften satz wach ist wach ist Jetzt kommt Camporese. Hätte mir das jemand vorher gesagt, ich hätte ihn für verrückt erklärt, dass Becker und Camporese einen fünften Satz spielen, in dem es 12 zu 12 steht. Und jetzt 30 zu 0 für den Aufstieger für Omar Camporese. Und er hat noch die Kraft für ein Ass. Das 18. für Omar Camporese, der schwere Minuten hier zu überstehen hatte. Drei Matchbälle in Folge, aber sich aus diesem kleinen Tief nun zu befreien scheint. Was ist das? Was ist das? Osterfiltern Corps! Jetzt haben wir die fünf Stunden Spielzeit voll. Nach 40-0, nun 40-30, Becker hängt sich wieder rein. Sechs Wochen Pause vom Tennis gemacht, vier Matches vor diesem Turnier hier gehabt. Reicht das, schon wieder gut genug zu sein für ein fünf Stunden Match? Decker ist wieder dran, das heißt, Deuce Einstand. Und wieder so ein krassender Aufschlag von Camporese. Auf und nieder. Peace. Quiet, please. Thank you. Oh. 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 mit schwung und kraft zum vorteil jetzt oder nie oder vielleicht doch später in diesem match frage ich nichts mehr voraus zu sagen er hat reich chance jetzt ein fehler jetzt aus 40 0 verliert camporese doch sein aufschlagspiel und becker gewinnt dieses wann kann man das schon mal sagen am tennis dieses 25 spiel des fünften satzes 13 zu 12 bereich vor und becker wird gleich zum dritten mal aufschlagen zum matchgewinn fünf breaks in folge auch ein zeichen der nachlassenden kraft bei den spielern aber der siegeswille bei beiden bisher ungebrochen ein riesen match ist es geworden becker hatte es sich lange zeit selbst zuzuschreiben das überhaupt so weit gehen musste nach zwei engen ersten sätzen ein katastrophaler dann ich will mal sagen ein unglücklicher vierter und dann dieser unglaublich hart umkämpfte fünfte satz becker hat bereits dreimal matchball gehabt reicht sie ihm diesmal die antwort kann er selbst geben auch steffi hat den wiki her gefunden aber ich glaube nicht dass boris irgendetwas um sich herum wahrnehmen kann in diesen momenten aufschlag des deutschen 13 12 das macht den Fehler der schaue er macht den Fehler Jetzt muss er vor. Kommt sie weiter? Kommt sie weiter? Er geht ins Aus. Rülle für den 30.15. Die 5 Stunden und 4 Minuten, die Willander im Finale der US Open benötigte gegen Ivan Lendl bei seinem Sieg 88. Das war ja eine Sache. Diese beiden stehen sich hier inzwischen 5 Stunden und 10 Minuten gegenüber. Ein frecher Aufschlag. Da beweist Becker Routine und Stärke zugleich. In dieser so eminent wichtigen Schlussphase ist sie das, die Schlussphase. Becker hat 40.15 und damit zweimal Matchball. Die Matchballe 4 und 5. Reicht es diesmal? Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Quiet please. Es reicht! Da ist es, der zu glauben! Becker gewinnt den Tennis-Chemi. Dem Marathon schlechthin in dieser dritten Runde mit 14 zu 12 im fünften und alles entscheidenden Satz gegen Oma Camporese, der hier sicherlich so etwas wie das Match seines Lebens gemacht hat und es dennoch nicht gewonnen hat. Zwei Punkte nur, da Camporese selbst vom Erfolg entfernt, aber der 22-Jährige aus Polonia, er hat dem weltranglichsten zweiten Boris Becker das Leben hier sehr, sehr schwer gemacht. Becker hat sich diese lange Distanz letztendlich selbst zuzuschreiben. In der nächsten Runde, im Achtelfinale, trifft Becker auf Wayne Ferreira, einen Qualifikanten aus Südafrika und zwischen ihm, Boris Becker und Oma Camporese. Da gibt es bereits in zwei Wochen beim Davis-Pokal in Dortmund ein Wiedersehen. Riesenbeifall. Ein am Ende auch gutes Spiel. Spannend. Wie selten etwas zuvor. Bei diesem Ost-Training-Ofen geht es zu Ende. Entsprechend der Beifall, der Jubel der Fans.